Musik Das Helle Uttwehr stammt aus der Feder des bekannten dänischen Messermachers Jasper Voxnäs. Es ist die erste Zusammenarbeit des norwegischen Herstellers mit dem Dänen. Benannt ist das feststehende Messer nach der gleichnamigen Inselgruppe im äußersten Westen Norwegens. Im Jahr 1066 sammelte sich hier die Wikingerflotte, die auszog, um England zu erobern. Zudem heißt es, dass die Wikinger bestimmte Steine auf den Inseln nutzten, um ihre Schwerter vor der Schlacht daran zu schärfen. Das Helle Uttwehr eignet sich sowohl als Jagdmesser als auch als universelles Outdoor-Messer. Zum Lieferumfang gehören der für helle typische Karton-Tubus, ein Reinigungstuch, sowie eine doppelt vernähte Lederscheide mit Gürtelschlaufe. Im Inneren der Scheide befindet sich ein Kunststoffeinsatz, der das Leder der Scheide vor der scharfen Klinge schützt. Das Messer hat im Übrigen einen sehr starken Halt in der Scheide. Zunächst zu den Abmessungen. Die Gesamtlänge beträgt 22,7 cm, wovon 10,7 cm auf die Klingenlänge entfallen und 12 cm auf den Griff. Die Klinge ist 3 mm stark und hält diese Stärke bis zur Spitze. Das Messer wiegt inklusive Lederscheide 195 g, ohne Scheide sind es 150 g. Das Helle Uttwehr ist eine stabile Full-Tank-Konstruktion, das heißt, der Stahl geht in voller Stärke durch den kompletten Griff. Durch diese Bauweise ist das Gewicht sehr gleichmäßig verteilt. Der Schwerpunkt des Messers liegt genau in Höhe der Fingermulde. Am Griffende bildet der Stahl einen Schlagdorn aus, der als Zerkleinerungswerkzeug benutzt werden kann. Der Messergriff ist ausgesprochen ergonomisch gestaltet und bietet einer mittelgroßen Hand ausreichend Platz. Die Fingermulde und das nach unten gezogene Griffende sorgen dafür, dass die Finger weder nach vorne noch nach hinten abrutschen können. Dank der Wölbungen der Schalen liegt der Griff sehr komfortabel in der Hand. Man kann mit dem Messer auch über einen längeren Zeitraum arbeiten, ohne dass die Hand ermüdet oder Druckstellen entstehen. Wie bei vielen skandinavischen Messern üblich, sind die Griffschalen aus Maserbirke gefertigt. Das regionaltypische Holz hat sich seit Jahrhunderten als äußerst widerstandsfähiges Material erwiesen, das dem rauen nordischen Klima problemlos standhält. Die charakteristische Maserung entsteht übrigens durch den Einschluss feiner Rindenteile. Die Holzschalen sind vom Stahl durch rote Vulkanfieberlagen abgesetzt und mit zwei großen Hohlnieten befestigt. Die Klinge des Utwehr folgt dem Drop-Point-Design klassischer Jagdmesser-Klingen. Die bauchig ausgeformte Schneide bewährt sich jedoch nicht nur im jagdlichen Einsatz, sondern bewältigt auch alle in einem Outdoor-Camp anfallenden Schneid- und Schnitzarbeiten. Ein typisches Merkmal nordischer Messer ist der tief angesetzte skandinavische Anschliff, der auf eine sekundäre Schneidphase verzichtet. Man sagt auch, der Anschliff geht direkt auf Null. Der Klingenstahl kommt aus Schweden. Es handelt sich um den bewährten rostbeständigen Sandwegstahl 12C27, der von Messermanufakturen von Nordschweden bis Südfrankreich eingesetzt wird. Er bietet einen guten Kompromiss aus Korrosionsbeständigkeit, Schneidhaltigkeit und Nachschärfbarkeit. Das Modell Utwehr ist ein praxiserprobtes Messer, das in puncto Verarbeitungsqualität auf sehr hohem Niveau rangiert. Als Anwender profitiert man von dem gemeinsamen Know-how und von der langjährigen Erfahrung von Jasper Voxness und Helle.